Nee, keine WoW-Permis. Wir spielen ein bisschen geistert mit Mila. Das ist mein wirklicher Madman, der heute... Ach ja, ich hoffe, dass das besser wird. Oder Chat, ja, geistert, ne? Komm, vielleicht haben wir da gute Runden. Peanut und Twinkie. Pinsel ist heute nicht da. Ja, komm, du hältst die Klappe, die und die hat wieder Sound. Mila kommt gerade. Ja, welcome back, hallo! Oh! Hola! 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 Ich bin grumpy. Nimm mich im Arm! Nana! Ja! Das ist zu mir lieber! Das ist zu mir lieber! Ja! Spielen wir zu zweit, dann ist gruseliger. Okay. Wenn einer von uns stirbt, ist der andere alleine. Du meinst, wenn ich sterbe, haust du ab? Du meinst, wenn ich sterbe, haust du ab? Von hier und dort und überall. Ja! Genau, wo ist Jivke? Jivke, können wir eigentlich noch fragen. Ja. Ja. Stift den mal an und zieh den einfach hier rein. Mach das einfach mal. Jetzt hassen mich alle, weil ich keinen RP zocke. Wart auf ihn zu hassen! Aua! Ich rufe eure Mütter an! Okay! 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 Ich hab ein Haus! Give you me code gleich, bitte! Ja, ja! Sure! Oder sollen wir jemanden vom Chat mitnehmen? Oh, ich will schichten! Ich hab Angst, dass der rumschreit und weird ist. Mir ist kein guter Basketball. Vote für Timmer. Timmer! Timmer, komm zocken! Oh Gott, Timmer! Ich glaub, der denkt bald wirklich, dass ich ihn hasse. Warum? Weil ich immer gemein zu ihm bin. Der Timmer hat das Game nicht. Ja wie? Und der hat Angst. Ja wie? Und der hat Angst. Ja wie? Kann ich einschalten? Code eingeben? Nein! Mila! weiß soweit ich habe eine idee ich frage den dexus der hat das spiel nämlich und eigentlich wollten wir das schon mal damals mal spielen mit fast nur spielen hat der server geht doch nicht ich gehe in sein ding als ob er wartet ich gehe in seinen stream ich gehe in snipe mal doch der ist ja mp warum sind die mp warum sind die mp warum kann ich nicht dann kommt spielen wir allein ich habe schon alles ich sag dir 1 ich gehe doch nicht allein rein was wenn ich sterbe dann drücke ich auf den startknopf und wir hauen ab willst weitermachen nein ich habe angst ich habe angst die klappe von wem hast du denn die festplatte ich mich jetzt ärgerst du früher im schweben ist das ich dafür habe ich ein bisschen schulter gezeigt jennifer johnson ok jetzt wird es ich nehme kamera okay aber ich nehme erst mal die normale kamera mit und buch ich habe schlüssel radio und taschen und wie macht man den bums hier überhaupt auf mit linke maustaste jennifer johnson heißt die jennifer johnson ohne rumtreuen jennifer johnson jennifer johnson jennifer johnson Ich bin kein Idiot, ich bin recht freundlich zu... Pinseln ist im Chat. Oh mein Gott. Hi. Was ist mit Temperaturmesser? Können wir gleich, wenn das Haus sich so ein bisschen aufgeheizt hat. Jetzt muss es erstmal hier warm werden. Ich glaub, der ist oben, würde ich einfach mal raten. Ich hab auf jeden Fall Schritte schon gehört. Oh mein Gott, hör auf damit! Was? Was denn? Ich hab nichts gemacht. Du machst das Licht an, du erschreckst mich. Oh mein Gott, ja, ich will, dass du dich wohl fühlst. Hier, das ist immer eine Badewanne, die könntest du mal öfter benutzen. Oh, hier ist ein Knochen. Ein Knochen. Ja. Oh, Daddys Knochen. Oh mein. Ich hab aber keine Fotokamera dabei. Oh mein Gott. Ich hab das Gefühl von mir. Boah, stinkt dir voll nach Schwanz in dem Zimmer. Dann ist es wohl deins. Bleh. Du hättest Gefrierdings mitnehmen müssen, Mann. Boah, ja, aber am Anfang ist doch alles kalt. Lass es doch in Ruhe nun. Oh, fahr doch mit hier irgendwie. Unten, dann doch. Ja, oh mein Gott. Dann doch. Sag ich doch, ich hab unten noch Schritte gehört. Lass mich raten, das ist wieder ein Benji. Oh, hier. Die Tür ist offen. Dann muss der hier sein. Ja, hier war ein Step. Okay, hallo Geist, willkommen. Du machst das schon, ich komm gleich wieder. Oh Gott. Ich geh nach Orbs gucken. Bist du hier? Wie alt bist du? Wir haben Geisterbox, Geisterbox, Geisterbox. Geisterbox, Geisterbox. Okay. Okay. Das ist ja keine Orbs. Dann ist es bestimmt ein Benji. Ehm, Fingerabdrücke mit. Und das hier. Hast du Salz bei? Nein, ne? Äh, äh. Ich nehm Salz mit. Warte, ich geh erst den Dings um fotografieren. Den Knochen. Wir haben Fingerabdrücke. Ja, Benji, sag ich doch. Warum immer Benji, Mann? Weiß ich nicht. Wo ist der Fingerabdruck? Geisterbox. Hier, außen. Einfach. Kann das sein, dass das irgendwie verbuggt ist? Wir kriegen immer nur Benjis. Nee, das ist Spirit, Gespenst, Geisterbox. Äh, äh, äh. Spirit, Gespenst oder Poltergeiste. Fingerabdrücke und Geisterbox. Das ist kein Benji. Ich muss den Knochen holen. Ich hab Angst. Wir haben sie halt schon liegen. Der ist doch schon durchgelaufen, anscheinend. Geib mal ein Zeichen, bitte. Oh, reiz mal nicht. Nur wenn ich dabei bin. Ja, der taucht sonst bei mir auf wieder. Ach so. Geib mal ein Zeichen. Wirf halt was. Jennifer Johnson. Oh, oh. Wie viel? Drei. Das ist man hier liegen. Muss man ein Foto vom Salz machen, wenn der durchgelaufen ist? Ähm, ja, aber am besten, wenn jemand noch mit einer, ähm, ich glaube, jetzt ist schon zu spät. Der muss da frisch durchlaufen, weil dann sind da Steps auf dem Boden und dann, ähm, ist es so, dann steht da Fußabdrücke. Aber die verschwinden halt mit der Zeit. Oh, er hat ein Buch geschrieben. Oh, schnell raus hier. Aber warte, du musst ein Foto machen. Oh, warte. Wir haben es ber- Oh, 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 oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat das, der hat das, der hat das Licht geflackert. Ich dachte, die ja. Wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Ich muss die Knochen holen. Oh mein Gott. Mama, die ist da. Mama, Mama. Wo ist die? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin die. Oh Gott, ich bin die. Oh nein, ganz schön durch. Ich bin doch gar nicht da. Warum? Gehst du nicht raus? Ich muss die Knochen holen. Der hat die Tür vor mir. Der hat die Tür vor mir. So gemacht. Geh raus. Warte. Ich hasse dich so sehr. Oh mein Gott. Okay, wir müssen noch räuchern und ein Foto. Oh mein Gott. Ich bin für den Fotos zuständig. Das ist die Hure im Schlafanzug. Warte, irgendwann müssen wir mitnehmen. Ich nehme nochmal Salz mit. Ich gehe danach nochmal hier rein und hole Räucherstäbchen, falls die anfangen sollte zu jagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Hey, Jen. Oh, nein, ich wollte es nicht. Jennifer, hier sind wir. Hey. Räucher, Bob. Räucher hier alles. Oh, die hat einmal abgebissen, ne? Oh mein Gott, ich komme mit, warte. Ich habe es wohl. Ah, ich warte, wie hier. Schwester Kuf. Schwester Kuf. Schwester Kusch darf spielen. Ja, ich will auch mal wieder mit Schwester Kusch. Ja. Ja. Ich bin gerade die Gefühle, dass die gleich jagt. Warte mal, was haben wir denn? Geisterbox, Fingerabdrücke und? Und Geisterbuch. Jennifer Johnson, Jennifer Johnson. Hallo. Jennifer. Nette Leute. Das ist sicherlich auch nett. Ähm. Möchtest du dich zeigen, vielleicht? Willst du nicht hier reinkommen, falls die auftaucht? Ja, da können wir uns dann nicht verstecken. Oh mein Gott. Die wird vor dir auftauchen. Und dann renne ich weg. Ja, nein, aber was, wenn sie sich einfach so zeigt? Wir haben ja hier noch das kurze Bild. Ja, dann fotografiere ich die. Das ist ja noch alles sicher. Ja, aber was, wenn sie hier in der Ecke steht? Wie willst du sie denn hier dann... Aber der Raum ist so klein. Wissen Sie? Jetzt komm einfach her. Ich gehe jetzt hier in die Ecke. Hier erwische ich die. Hier habe ich keine Angst, weil ich habe die Wand im Rücken. Da kann mir nichts passieren. Ich muss eine Stresskippe rufen. Jennifer. 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 Geht's dir, Jennifer? Jennifer. Du darfst den Namen sagen, aber ich nicht. Jennifer Johnson. Ja, und du sagst das so richtig aggressiv, dann wird die natürlich sauer. Fuck you, bitch. Siehst du, wie du das sagst? Wie so ein Vormund. Fuck you. Oh, oh mein Gott. Entschuldigung. Oh Gott. Siehst du? Du darfst die sauer, wenn du es sagst. Bleib ja hier. Du verlässt den Raum. Jennifer. Willst du dich zeigen? Oh mein Gott. Sie ist auf dem Klo. Die kommt. Jennifer, komm bitte hierher. Verlass den Raum und ich rede nie wieder mit dir. Jennifer. Zeig dich bitte. Sind ja die neunt. Komm noch mal bitte. Ach, du darfst die provozieren, ne? Aber wenn ich Jennifer Johnson sage, ich ärgere. Die hat noch mal gebissen. Die hat noch mal gebissen. Ich geh nach Hause. Du Hurensohn. Wo ist die? Geh runter, 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 runter. Ich mach zu, ich mach zu. Ich mach zu. Ich mach zu. Oh nein. Nein. Mann, du warst draußen im Gang, Alter. Warum holt die mich? die hat sich doch hier versteckt irgendwo immer ich alter auch zu stampfen okay ich bin auch echt zauber auch hey jennifer wenn du dich einfach mal it's tea time with byron oh god als ob du schon wieder versucht hast zu jagen ich nehme erst mal eine pille ok jenn wir beruhigen uns jetzt alle kann ich die fernbedienung nehmen ok jennifer fangen wir von vorne an oh man ich glaube hier ist ein geist ich bleibe von nie glück klar ist die coole aber die ganze zeit quatsch stand um sie abzulenken du bist also ein spirit ha ich bin nila was geht ab ähm willst du dich ja mal kurz zeigen nein ok ich bin auch wütend aber ich stampf nicht auf den boh das auf ich weiß ich gehe mal nach draußen kleine dankeschön für den prime sub im 27 monat ich gehe mal nach draußen und hol etwas jennifer ich gehe nach draußen und hol etwas ich verlasse das gebäude jennifer das habe ich von dir gemacht damals im strandurlaub guck es dir an jetzt bin ich tot also vorhin hast du dich gezeigt also ich meine was für die vorhin sind ja quatsch fresh new star ok jennifer jetzt ehrlich zeig dich einmal oh god oh god oh god oh god hoffentlich kommt die jetzt ok jennifer ich habe alles eingetragen jennifer ich habe alles eingetragen jennifer warum jagt die jetzt nicht mehr zeig dich bisch zeig dich so vor warum hat die ein messer in der hand alter wärmst du nicht spaß erhoben ja zeig dich zeig dich ich habe ja auch hier so guck mal jennifer ich benutze deine toilette jennifer wuuu hier fallet hör auf zu klopfen jet hehehe zeig dich lieber geklapst du denn hier ne jennifer das ist ein klang geist man jennifer jennifer So scheiße finde ich. Jetzt zeig dich doch. Ich kann nicht jagd werden und machen das unmöglich. Es sei denn, ich schmeiß meine Taschen hin. Ich glaube, ich bin nicht bereit dafür. Weil üben wir einfach. Sagen wir, die Lichter flackern einfach. Cool ich werde. Dann gehe ich in den dunklen aber wenn ich da komm schon Geist. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendeiner ein Messer hält wie eine Pistole. Oh mein Gott da ist die. Oh mein Gott renn renn renn. Hi. Raus zu finden was für ein Geist das ist und zu entkommen und zu überleben. Fuck off man. Ich dachte echt, ich muss da ohne Taschenlampe rumlaufen. Du hast dich unten im Flur versteckt, ne? Warum geht die dann da in den Keller rein? Oder bist du in den Schrank rein? Ich war, nein, nein, ich war in diesem Spind drin. Ja, warum sagst du denn nix? Ja wie, warum sag ich denn nix? Du warst direkt hinter mir. Ja, ich dachte du versteckst dich da in den Eck und das wäre eine bessere Idee. Sondern der dich holt und ich mich. Achso. Ich hasse mein Leben. Achso. Die war übel schnell unten. Dumme K. Ja, die sind ja jetzt auch schneller geworden. Ja, Mila ist fast Level 700. Der ist ein Freak. Was für Freak denn? Freak. Ich bin... Ach. Ach komm. Ich will Pinsel nicht mitspielen. Nein, der hat Angst. Der trollt eh nur rein. Seine Ausrede ist, dass er das Spiel nicht versteht. Okay, ich nehm dasselbe wie gerade eben. Ja, dann nehm ich aber diesmal hier das Ding. Du hast Fieber. Ja, okay. Wir haben Barbara Harris. Barbara Harris. Durch Salz, Kurzefix und Salz. Räucherstäbchen, Kurzefix und Salz. Das ist easy. Okay, in der Garage ist Stroh. Nimm deine Helmkamera mit. Habe ich. Du hast keine. Ja, dann... Hä? Nee, ich hab meine. Guck mich an. Ja, du hast eine. Ich auch. Ja, aber ich kann keine nehmen. Aber du hast eine. Habe ich eine? Ja, aber es ist nur eine weg. Ja, du hast auch eine. Warte, wir finden jetzt heraus, wer die hat. Ich kann nicht umschalten. Ich auch nicht. Also hat keiner die in die Kamera gemacht. Was ist denn das? Das ist doch jetzt schon wieder kratzt alles. Oh mein Gott. Okay, wie hieß der Gags? Barbara Harris. Okay, Barbara. Dein Arsch ist übrigens 19 Grad heiß. Oh, hier. Oh, wir haben 5 Grad hier. Im Streamerzimmer. Ja, ja, es ist überall jetzt. Es ist erstmal so kalt. Das Haus muss sich jetzt erstmal aufheizen. Oh, oh. Emil 5, 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 Emil 5. Hier. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall schon mal eher mehr 5 und Geisterbox. Ich hätte gar nichts gesagt. Oh, Gin oder Oni, okay. Okay, jetzt kriegen wir andere Geister. Das ist doch super. Oh mein Gott, mein Herr. Ich nehme erstmal, brauchen wir ein Foto? Ja, bestimmt für den Knochen gleich. Ja, und Fotos geben immer mehr Geld, ne? Also auch wenn du ein Foto vom Geist bekommst. Ja. Ja. Ja, okay, beruhig dich. Die Frage ist, ist es ja hier so oder wann ist der? Warte, das finden wir natürlich heraus. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Ich habe kein Spiegelbild. Bist du hier? Gucke. Ähm, ja. Bist du hier? Nein, nein. Bist du hier? Schritt dich, der ist hier im Flur. Die ist hier im Flur. Hier? Hier. Nee, nee, der ist hier. In diesem Abschnitt ist hier. Meinst du? Ja, 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 weil da vorne antwortet der nicht mehr. Also quasi, aber im Wohnzimmer auch nicht, sondern einfach nur dieser Flurabschnitt. Bitte schreib in das Buch. Kamera, bitte. Komm mit. Einen reicht, ne? Ja, ich denke schon. Ja, du. Ich mag das Geräusch. Ich mag das Geräusch, wenn man das EMF an und aus... Ich mag das Geräusch, wenn du im Maul hältst. Ich mag das Geräusch, wenn du stierst. Das ist nicht nett. Ja. Aber ich habe schon sehr oft gehört. Oh mein Gott. Oh. Keine Fingerabdrücke. Ähm. Ohne vielleicht, weil der sehr aktiv ist. Oh mein Gott, der war neben mir. Geistchen und... Ohne wäre noch Geisterbuch. Bitte schreib in das Buch. Bin wäre... Geister... Ich bin aber auch gut. Scheiß Angsthase, ne? Soll ich nach Geisterops gucken? Ich glaube, ich gehe nach Geisterops gucken. Ne, ne. Wir machen das schön beide zusammen. Aber ich glaube... Ja, du rennst doch schon wieder raus. Geisterops... Fick dich. Du weißt gar nicht, was ich alles letzte Runde durchmachen musste. Ich hasse mein Leben. Geisterops. Geisterops. Salz. Okay. Gibt das Punkte, wenn ich den trotzdem fotografiere? Ja, das... Also nicht Punkte, sondern Geld. Meine ich doch. Hm? Das gibt... Äh... Letztlich... Meine Schwester will mich erschrecken kommen. Ich habe schon... Oh, ich gehe alles kaputt. Hast du schon Knochen gefunden? Noch nicht. Ich war noch nirgendwo. Okay. Der rennt bestimmt hier. Ja, dann schau dich doch einfach mal in Ruhe um. Hm, Heizenmund. Heizenmund? So, dann tun wir zurück im Regal. Habe ich nicht getroffen. Warte, warte, bleib noch hier ein bisschen, ja? Warte, der ist gerade da durchgelaufen. Ja. Ne, aber keine Fußabdrücke. Ja, der ist doch ein Fußabdrück. Weil der nicht wandert. Ne, ne, der ist quasi durchge... Aber wo ist ein Fußabdrück? Komm mal hier in dem Salzding. Die anderen sehen anders aus. Ne, ne, aber so einen grünen Leuchtenerfußabdrück. So. Das hörst du, wenn der durch Salz geht... Ich gehe mal den Knochen suchen, es war ganz weit weg. Ähm, aber du hast die Fotokamera. Ja, aber ich muss dann den Knochen fotografieren. Komm, wir gehen zu zweit. Der ist bestimmt in der Garage. Hast du Räucherstäbchen bei? Dann müssen wir, glaube ich, in den Keller. Da habe ich schon, äh, Geräuche. Kein Knochen. Hier ist nie. Komm, wir gucken ein bisschen Twitch. Oh Gott, der schreckt mich doch nicht so. Wo gehst du hin? Hey, ich guck nach Knochen. Hier ist er. Auf dem Bett. Ich habe ihn mitgenommen. Ich hole noch mal Räucherstäbchen. Ja, ich auch. Ja, ich muss auch noch mal zum Truck. Ich glaube, ich habe da mein Dings vergessen. Was denn? Äh, meine Eier. Ich nehme mal so ein Dings mit. Deine Räucherstäbchen haben gar nichts gebracht. Ach, bei der Jagd. Ach, ja, ja, sind schon drin. Bei der Jagd. Ich habe nicht gelesen, dass das bei der Jagd sein muss. Okay, okay, okay. Was hast du fotografiert? Ähm, die Blumen hier rechts. Die Pflanzen. Die sind super. Die ist ein Nachtschattengewächs. Du kannst froh sein, dass für mich auch wirklich nur die Blumen zu sehen sind. Oh mein Gott. Okay. Nein, nein. Nicht wegrennen. Okay. Okay. Wenn wir gejagt werden, laufen wir... Oh mein Gott. Äh. Hier hinten ins Schlafzimmer. Hier. Weißt du? In den Schrank rein. Hier, warte. Ich zeige dir den Laufweg. Mach den schon mal auf. Hier, und dann hier rein. Alles klar. Ups. Okay. Barbara. Jetzt beruhig dich erst. Maskert ist ganz nett. Was war das denn? Ah, hat die sich gezeigt? Naja, aber ich hab... Ich hab's auch gehört. Als würde jemand singen. Ja. Oh mein Gott. Okay. Du magst kein Licht, dass... Ich kann so nicht leben. Das ist unmöglich für mich. Das war meine Schwester, glaube ich. Oh mein Gott. Aber das hab ich auch gehört. Oh mein Gott, Milo. Nein, ich hab's wollen lassen. Und dann... sanne. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen schiften. Yun alter ich meinen Schrank nellachen abonniere dich, weil ich diese auf meine Schwester habe. Und dann komm mal her. Und ich make goeie. Also muss ich sie ja da. Und dann gehen dich miles an. Ich mache dieseителей. Und ich bin mit mirumes. Und dann bin ich hier oben bei mir. Und damit habe ich allesgeoin und zu ver performers. Was ist eine Prozent der Veränderung? Ich sehe, dass du noch vor slowly geht. Alles gut? Gut. Die war so krass hinter mir. Ich wollte nicht mit dir laufen. Mann, wir wollten hier hingehen. Ja, ich weiß, aber die war genau hinter mir. Die war genau, genau hinter mir. Hast du das angezündet? Nein, ne? Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Ey, die war sogar auf dem Weg zu mir, aber ich habe mich im Kinderzimmer, in diesem Babyzimmer, habe ich mich hinter diesen Wikitisch da versteckt. Und ich habe aber die ganze Zeit Herdschläge bekommen und dachte, ich bin jetzt tot. Ich bin safe tot. Da, Baba Harris. Aber wo ist die, die Böse? Wo ist was? Also die hat einmal abgebissen, wo sie gespurt ist. Keine Ahnung. Dragonik, danke schön für die Wüste am 19. Monat. Baba Harris. Babsi. Upsi. Babsi, bist du hier? Die kommt doch gar nicht, wenn Licht an ist. Er hält Djinns und Stärke, wenn Licht an ist. Echt? Mhm. Ähm, dem Ort, seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn, äh, am Nutzen seiner Fähigkeit. Oh, die hat nochmal abgebissen. Oh, die hat Bock. Okay. Oh mein Gott, jetzt habe ich es gezündet. Sie war hinter dir. Nein. Nein, du hast kein Foto gemacht. Sie war nicht hinter mir. Aber ich habe auch was zu tun. Sie sind gezündet, alles gut. Wir haben beide Fehler gemacht. Das kann passieren. Da war nichts hinter mir. Doch, da war was hinter dir. Du bist kacke. Nein. Warte kurz. Nein. Wir brauchen nur noch Räucherstäbchen. Oh, die ist durchgelaufen. Durch mein... Vielleicht nehmen wir Tabletten. Ah, mein Fuß tut dir. Achso, ja, ich komme. Okay. Ja, gut, dann nehme ich auch zwei. Hey, ich habe einen genommen nur. Hast du gar nichts? Ah, Lauf, komm schon mal vor. Mein Fuß tut weh. Ah. Ich bin voller Mumpel. Nein, du kannst... Ah. Au, ich auch. Oh nein. Oh nein. Oh, bitte schau. Die Babsi machen wir uns nicht. Hey, Babsi, wir müssen darüber reden. Jetzt mal ernten. Bleib zu. So. Zeig dich bitte. Zeig dich, dann lege ich das kurze Fix weg, okay? Bitte, zeig dich, bitte, bitte. Bitte. Das war ich nicht, ich schwöre bei Gott. Ich wollte das jetzt ausmachen. Das war ich. Oh mein Gott. Zeig dich, bitte. Zeig dich, bitte. Nein, du musst sagen, gib uns ein Zeichen. Zeig dich, bitte. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wirf etwas. Weiß nicht. Weiß nicht. Ich versuche ein Foto zu machen. Ich habe Angst da hinzugehen zum Fernsehen. Okay, okay, wer zuerst aufhört, der verliert. Womit? Einen Schritt auf den Fernseher zu gehen. Ich gehe da einfach hin. Jetzt sie agt, jetzt sie agt, jetzt sie agt. Dann bin ich am Arsch. Ja, das bist du. Barbara Harris, Barbara Harris, Barbara Harris. Halt die Klappe! Die ist rechts. Die mag das überhaupt nicht. Oh mein Gott! Barbara... Barbara Harris... Bitte. Barbara Harris... Sag, wir sollen uns ein Zeichen geben. Die versteht meine Sprache nicht. Gib uns ein Zeichen. Nein! Gib uns ein Zeichen. Zeig dich! Wir hätten die Pillen nicht nehmen dürfen. Ja, ich glaube auch. Aber egal, wir chillen jetzt einfach ein bisschen hier in der Dunkelheit mit Bubsy. Mit Bubsy und den Friends. Ich habe schon wieder drei Kippen in der Hand. Guys! Hä, hä, hä. Hä, hä. He, hä, hä. L Santa! Lata! Lato! 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 Aber sollen wir nicht das Licht eigentlich anmachen? Nein, aus. Nein, aus. Dann werden wir verrückt, weißt du? Barbara Harris. Oh. Ruhig dich, Mädchen. Uns ein Zeichen, bitte. Dex, das Dank für den Resub, du Angsthase, hättest du erst mal gekommen. Guck mal, wie krass wir sind. Wir laufen einfach hier rum. Wir haben keine Angst vor dem Geist. Absolut nicht. Wir haben absolut keine Angst. Auf gar keinen Fall habe ich Angst vor der. Barbara Harris. Barbara. Die macht immer irgendeine Tür auf. Harris. Aber wo? Okay. Barbara Harris. Bist du hier? Zeig dich. Genau, zeig dich, bitch. Kampf, zeig dich, bitch. Doch, komm, Dex, just let's go. Miele und ich erwarten dich, wir trainieren dich. Barbara Harris. Ich mach mal dahin das Licht aus. Barbara Harris. Barbara Harris. Barbara. Gib Zeichen. Boah, die ist echt langweilig, die Dumme. Wir hätten die Tabletten nicht nehmen sollen. Guck mal, die hat noch nicht mal abge... Oh mein Gott. Wo ist die? Scheiße, ich habe jetzt schon gezündet. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Komm schnell. Da, du kannst. Komm, dich da. Komm, dich da. Sch. 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 Ah, wir haben alles. Oh, du hast die Tür noch zugemacht. Gut. Fick dich, Barbara Harris. Ja, fick dich, Barbara Harris. Dexo spielt eine Runde mit. Du hast ein richtiges Mädchen. Du hast richtig Angst. Oh mein Gott, wir haben die Aufgabe nicht bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kein Ernst. Wir haben keine Räucherstäbchen mehr, ne? Oh mein Gott, nein. Mila. Wir müssen wieder da rein. Nein, los, das schaffen wir. Mann, ich dachte, wir sind fertig. Ich hatte gerade voll große Fresse. Das ist dein Fehler. Mein Fehler. Warte, ich mach die Flugwege bereit. Und nicht zu früh zu drücken. Was ist? Ich krieg das Feuerzeug nicht aufgehört. Oh, okay. Welche Tür macht die zu? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Bin bereit, jetzt gejagt zu werden, Barbara. Komm und töte mich. Ich weiß nicht, ob die vom Wohnzimmer auskommt oder von hinter uns hier. Ich hab die noch nicht einmal gesehen. Oh mein Gott. Beruhig dich, Spiele. Die ist ganz hinten. Da hinten. Hab sie. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, wir sind einfach richtig krass. Genau, fick dich Barbara Harris. Ja, fick dich Barbara. Wehe, das hat jetzt nicht funktioniert. Es muss funktioniert haben, ich war quasi vor ihr. Ja. Ha, wir sind die Besten. Wir sind die Besten, Hive Five. Warte. Ja? Ähm, da vorne, guck mal. Oh, ich hasse dich. Ah, Mugabot schon wieder kaputt. Scheiße, PC geht nicht. Fick dich, Barbara. Das schmeckt. Kannst du den Dexus, der ist im TeamSpeak, meinen Code schicken? Ähm, ja klar. Ich hoffe, er liegt nicht. Ich guck mir mal eben kurz meine Bilder an, wegen den Blumen, ne? So, ich muss dann nachforschen. Bleib, kannst du bitte da vorne zur Tafel gehen? Das ist nett. Ich hasse dich. Oh, ich muss leise sein, der Fenster ist auf. Was sagst du jetzt, wo Dexus dabei ist, Asylum? Hä? Ja, aber der geht alleine. Hast du, kann denn das... Nee. Doch, du gehst alleine. Hä? Hä, doch. Nee, geschmeidig mal von der Backe schmieren. Hast du noch Stream an? Nee, nee. Oh, da kriegst du Ärger von deinen Leuten. Oh mein Gott, auch ein Level 17er. Guck mal, Dexus, ich hab'n super Bild gemacht. Aber ich gebe schon, ich weiß nicht, ob die Meter sind. Aber so. Also, ich bin ready. Meine Schwester wollte mich gerade erschrecken, indem sie mir einen Twix ins Zimmer geworfen hat, hier oben. Oh, ich bin auch ein Twix. Weil er, weil er sich das aufmacht. Wird Deine Schwester nicht mal zu mir zu versuchen? Hm, hm. Okay, ready, ready. Bin bereit. Ich bin dafür der Dexus alleine, wenn man geht. Bin ich auch eigentlich für... Ich hab' keinen Bauern-PC, Arschloch. Du bist der Letzte, der drin war. Ja, und? Unwichtiges Spiel. Steven Miller. Foto vom Geist? Ja, ich hab' Kameras in der Fall. Das heißt, keiner darf sterben. Erhindern sie den Geist mit einem Kurzeffix daran, sie heimzusuchen. Okidoki. Ich mach' Foto. Was war die Jute-Taschenlampe? Die ganz unten. Äh, die hier unten, ganz unten. Hab' ich. Hier oben machen wir den Strom. Oh mein Gott. Auf geht. Das finde ich am schlimmsten, ne, das Haus. Von den Kleineren. Toll, wie hieß der Nummer? Wie? Wiebenschen? Ich hab' Kameras vor. Wart mal, wenn der jetzt kommt. Das ist nicht so schreckend. Du bist so ein dreckiger Metagamer, ne? Oh mein Gott. Knochen hier. Du bist ja nochmal Steve, oder so, ne? Steve Urkel. Hat der doch gerade gesagt. Den hab' ich schon fotografiert. Hier ist Gifis Kinderbett. Weil ich keinen Platz mehr hab. Du brauchst keinen Platz für den Feistknochen. Ach so. Jetzt soll ich dir das noch sagen. Stimmt, Herr Njuri war ja online. Dankeschön, Njuri, für den Raid. Und herzlich willkommen. Tschüss, Chris, Anthem. Schlaf gut. Wenn du schlafen kannst. Also hier oben liegen keine Puppen. Ja, hier unten ist auch alles ruhig. Ja, ich komm. Guck mal, Charlie Chaplin. EMF? EMF 5, EMF 5, hier drin. Bye, have a beautiful time. Wo ist denn die andere Puppe? Bist du hier? Yes. Da ist der Box. Da ist der Box und EMF 5. Wo ist die andere Puppe? Eine hier am Schreibtisch? Äh, eine hier hinten. Welcher Raum ist denn das? Äh, hier die, dieser Waschraum. Hier drin. Äh, wir müssen zum Truck. Ja, wir brauchen Dexus mit seiner Kamera. Dexus, wir brauchen die Kamera. Ich hab eine schon hier in die Schreck. Nee. Ich hab die zweite geholt. Ja, wir mussten auch alle Winkel, äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab... Mach die Tür auf, verpisst euch da. Du, du, boah, ich hasse dich, ne? Ich hab Foto gemacht. Einfach mit Flickshot. Einfach Flickshot. Werde ich wieder gebannt. Oh mein Gott. Halt's Maul, Alter. Ich bin sehr stolzhaft. Morgen wieder Vegas. Okay, Kutzi fix. Ach, Orbs. Wir müssen Orbs gucken. Wo ist das Buch nochmal? Auf welcher Taste? Äh, J. Was haben wir bisher? Geisterbox und EMF 5. Wusste ich. Okay, wir haben keine Orbs. Ich, ähm, räucherstäbchen mit. Warum musst du auf Klo? Okay, dann nimm deine Kamera weiter mit. Ähm, weil der könnte dann, glaube ich, nur ins... Welche Kamera? Fotokamera? Ähm, ja, genau. Wofür? Ich hab alles fotografiert. Ja, doch. Ähm, ja, aber falls du ins Buch schreibst... Ach so. Und ich hab Kruzifix frei. Ich auch. Okay, ich hab Räucherstäbchen. Damit wir die Jagd überleben, Dexus. Ich hab nicht vor, zu sterben. Enorme ne Patriot, Pelitos, Ante, Jesus ist mit euch. Ohohoi. Oh, der kommt! Oh mein Gott! Mila! Mila! Meistest du den jetzt ab mit Kruzifix? Stirb! Stirb! Meist du den jetzt ab mit Kruzifix? Ohohoi. 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 Mila? Ja? Okay, ich glaub, die hat nen Herzinfarkt. Mila? What the fuck? Warum dreht ihr sie so komisch? Mila? Als ob sie besessen wär so. Ich glaub, die hat sich in der Hose geschissen. Die hat sich 100% schon geschissen. Hat das gezählt? Ich hab ihr mit dem Kruzifix abgeschmissen. Nein. Ich weiß doch gar nicht. Mila? Ich warte hier. Dexas hat geschrien wie ein Mädchen. Du hast richtig gesehen, wie der gezittert hat und das Kruzifix so weggeworfen hat. Ich hab den damit abgeworfen. Komm, wir gehen rein. Keine Angst, Mann. Keine Schwäche zeigen. Muss ich den in die Fresse zeigen? Nein, du musstest in den Raum werfen. Und wenn er dann am Anfang zu jagen, beißt er davon ab. Jegt? Jagt? Jagt? Jogit? Wie, der knabbert, aber... Wenn er anfängt zu jagen. Ja, ja, der beißt doch rein. Richtig an Nascher. Oh mein Gott. Fang nochmal von vorne an. Wir kommen jetzt rein. Wo ist mein Kruzifix? Der hat ins Buch geschrieben. Keine Run. Okay, danke. Oh nein, er hat keine Beine. Wir haben nen Oni. Was? Ein Oni. So, wir brauchen Kruzifix. Einen draußen und einen hier. Ich mach draußen den. Das Handtuch hier fallen. Wenn der jagt, dann... Nee, das ist zu weit. Oh mein Gott. Ja, ich dachte auch, aber ist das nicht zu weit vielleicht? Ich werde die Räucherstäbchen einfach nicht loslassen. Und dann... Ja genau, dann verwischt ihr unsere Spur. Oh, hallo. Ja, ich bin der Kürtis. Hinter die Matratze. Bist du öfter hier? Hinter die Matratze? Ja. Das ist doch unsere Matratze, oder? Ja, ich bin der Kürtis. Wie, Alter. Okay. Da ist unser Fluchtweg. Wir schaffen das. Okay? Soll ich mir das merken können? Ist das Kürtifix eine Aufgabe? Nee, ne? Doch, ich glaub schon. Dann kann das nämlich... Ist es? Eins ist drinnen, eins liegt hier. Okay, dann machen wir das Licht aus und werden verrückt. Vielleicht haben wir noch ein WeChat vor. Ein Gorki. Wie hieß der nochmal? Roger Harris? Nein. Irgendwas mit Steve. Roger Harris ist ein RP-Spieler. Irgendwas mit Steve. Manfred Lensch. Kürtis Kusch. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Dieter Fischer. Thomas. Wie komm ich denn jetzt auf Roger? Der hieß doch Harris mit Nachnamen, der Geist. Oder? Er ist auf jeden Fall Steve mit Vornamen. Aber ich glaub Harris. Oh mein Gott. Keine gute Idee. Fick dich Steve. Wir sind am Arsch. Wir sind so am Arsch. Komm zu dir. Ich bin ich ihn. Hier ist er. Ich bin ein Stab. Und er wird gar nicht überاؤligt. Man hat das Baden, sondern er die Schnauze. Ich bin erotheby. Ich bin erstaunt. oh mein gott alter warum hast du ein hase in der hand nicht vom kurzen doch hat er zweimal der zweimal abgebissen ja doch klar hat nicht gezählt oh mein gott ich sag aber schon ich meine wir müssen rein oder nicht oder wir brauchen ja den hand du kannst nicht bescheid sagen keine schwäche zeigen ich mache funk feuer jetzt haben wir wieder nicht geguckt wir sind ein team steve urkel stevie steve oh mein gott keine gute leben das ist gleich noch dein leben bruder ich mach zu Matratze, Matratze, richtig tief. Oh, ist der Dumm und der steppt genau hinter uns, du Arsch. Das muss jetzt aber gezählt haben. Das hat dem Steven nicht gefallen. Ich glaube auch nicht. Und? Meinst du, das hat gezählt? Ich hoffe, ich meine, ich hatte einmal so einen Herzschlag, als wäre er hinter mir. Bin mir aber nicht sichtbar. Der hat mir am Po gefasst. Nein, das war ich. Hat er nicht, du warst mein Weitweg. Der sieht so aus. Ja. Oh, zum Glück, Alter. Boah, wir sind voll die Profis, Mann. Habt ihr Uni eingepackt? Ja, hab ich. Was war nochmal das letzte? Uni, wir hatten ein Geisterbuch. Ja. Oh, das gibt wieder fett Cash. Ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin, das ist mir egal. Ja, wir spielen professionell, Mann. Mila ist fast Level 700. Was ist eigentlich die Versicherung? Dann kannst du halt Sachen safen. Aber kriegst du ja Heft des Geldes wieder. Versicherung gibt's im Profilevel nicht. Ja, wenn du, äh, im Anfänger oder Fortgeschritten stirbst, kann man deine Leiche fotografieren und dann kriegst du einen Teil des Geldes wieder von den Gegenständen. Oh, wir haben nur Farmhäuser. Ja, let's go. Nicht schlimm. Kann nicht mit Leben. Guck mal, wie schnell ich da bin, Arschloch. Wer war Arschloch? James Davis. Oh, der Holik. Deshalb merkt er sich nicht. Geister-Event, das wird schwierig. Kruzifix. Das ist ein Geister-Event. Wenn irgendwas komisches passiert. Wenn jemand dir, also nicht jemand, sondern der Geist dir ins Ohr haucht. Ja, wenn der Holik dir ins Ohr haucht. Genau. Der Kruzifix muss mit. Boah, Gang-Biest ey. Muss ich mal gucken, ob die mal wieder ein Update rausgebracht haben. Bei mir war das total verrückt. Das ist das große Haus, ne? Hast du schon das neue Spiel gesehen, was so Among Us mäßig ist? Naja, welches? Was? Ich hab vergessen die Zeit. Kannst ja nur gut. Ist aber noch nicht gespielt. Holi, kauf dir was geht ab man ins Ohr. Oder bau das für life. Ich hab mich vor der Tür auf und erschreck dich vor der Tür. Er rinnt zur Tür, die nach draußen geht und erschreckt sich. Ah, mag's gar nicht. Holik! Komm raus! Wir haben nen Purple Flag für dich dabei. Ich geh nach oben. Keine Schwäche zeigen. Hi. 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 Was ist hier passiert, Alter? Als Kind hab ich mal in so ne Fliegenfalle reingebissen. Hier hinten ist ein kleines Püppchen. Ich komm. Das erklärt die Stimme von Peanut. Stich hier mein Herz. Hast du die zwei unten auch? Aber den Knochen hab ich noch nicht gefunden. Aber ich geh auf den Dach bauen, weil das ist nie gruselig. Ja, das hab ich dann auch gemerkt, dass das klebt. Ich hab auch mal als kleines Kind in ein Stück Seife reingebissen, weil ich dachte, das wär was Süßes. Ein klein einiges. Ein klein einiges, Junge. Da war ich mit meiner Babysitterin alleine, ja. Die hatte so ein Stück Kunstseife in der Vitrine, Junge. Und ich dachte, das wär was Süßes. Dann hab ich da voll reingebissen. Hab ich dann aber ordnungsgemäß wieder in die Vitrine reingelegt mit Bissspuren. Hier in der Küche ist der Knochen. Wo? Unten? Ja, unten. Wo ist denn die Küche? Ich hab noch keinen einzigen Step oder so gehört, ne? Ich auch nicht. Hier nichts. James Davis. James Davis. Davies. James Davis. James Davis. Oh, der war mal Doktor oder so. Da war bei der Armee. Food Competition. Das war Feldmädig. Der wohnt hier gar nicht. Why have you got to be mad? Der hat hier vielleicht mal... Aramboda, vielen lieben Dank. Vielleicht ist er sauer, weil er nicht die beste Kürbissuppe machen kann. James Davis. Gib uns ein Zeichen. Hast du auch die hier schon? Nee. Oh. Ich muss eine neue Kamera holen. Bis gleich. Bye. Have a beautiful time. Hallo, Clintus. Habt ihr schon Kameras aufgestellt? Nee, wir wissen ja noch nicht mal wo. Das ist eine gute Idee. Ich hol meine Kamera. Asse. Ich komm wieder. Ich bin nicht wie Dixas. Du hast gesagt Kameras holen. Oben ist Licht angegangen. Oh mein Gott, Mila. Mila. Die ist da oben. Ich hab sie gesehen, da. Da wohne Licht plackert. Wir sind so richtige Waschlappen. Wir lassen Mädchen allein im Haus. Kann ich mit leben. Die macht das schon. Dies professionelle Geister hier. Okay. Mila. Alles gut? Also im Bad ist sie nicht. Bist du hier? Bist du hier? Wie rein? Bist du hier? Oh. Hier, hier. Geisterbox. Kamera, 1, 2, 3. Warum? Ich hole die Kamera. Ich habe mich alleine gelassen. Was denn? Oh nein. Ach, fick dich doch ins Knie, du Wichser. Halt deine Klappe! Jetzt nicht! Hinter den Schrank. Komm doch, komm doch. Wir haben keine Angst vor dir. Mein Name ist Dexos. Und ich habe keine Angst vor dir. Bobby! Schleid dir mal die Finger. Komm schon mal ein kurzer Fick. Ja Dexos hat Soldat. Hä? Pst. Der läuft nur oben rum. Der kommt nicht mal die Treppen runter. Holik ist einfach zu faul. Aua. Ähm, wir müssen zum Truck. Okay. Ja, das holt ihr mal eine VR-Kamera. Boah, ich glaube, dann ist das nochmal gruselig. Noch viel, jetzt, jetzt schon. Ich habe eine, aber alleine... Oh, wir haben Geister-Orbs. Wir haben Orbs, wir haben Orbs, wir haben Orbs. Oh, ja. Boah, ja, würde ich dann auch nochmal fühlen. Orbs ist das Einzige, was wir bisher haben, oder? Heute Geist-Gymara. Nein, äh, Geister-Box haben wir auch. Kruzifix. Ah, siehst du, habe ich gut Kamera aufgestellt. Ja, ist so gut. Weiß ich. Ich nehme einfach mal Salz mit. Mach das einfach. Falls so ein paar Pommes machen da drin. Jetzt habe ich Hunger. Der ist auf jeden Fall da oben. Ach, der Pinsel ist heute nicht da. Der hat schlapp gemacht. Immer nur, im Deutschen nicht mehr. Fingerabdruck. Wir haben Fingerabdruck. Dann haben wir einen Poltergeist. Okay. Wollen wir? Nein, wir müssen die Aufgaben ja noch erledigen. Was sind denn die Aufgaben? Geister-Event. Geister-Event. Kruzifix. Oh mein Gott, du Hörensinn. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was passiert? Du schon. Du schon. Du hast ihn quasi gesehen. Junge, habe ich den weggeflickt, Alter. Ich stelle einfach mal die Kamera hier hin. Hilder, weil es Geister-Event. Wo ist das zweite kurze Fiege? Habe ich in der Haare. Das war ein entspanntes Spiel. Ich weiß gleich, was du hast. Halt deine Scheisschnauten. Der stand vor mir. Ich habe den einfach weggeflickt. Ich habe auf jeden Fall ein Foto gemacht. Oh Gott, mir ist so schwindelig. Ich hasse das, ne? Was brauchen wir noch? Äh, ich will vorsichtshalber einfach, wo ich hier stehe. Okay, wir kommen mit, wir begleiten dich. Weil ich mich damit sicher fühle. Genau. Nicht, dass hier ein Wolf kommt oder so. Was soll mir hier draußen schon passieren? Wolf. Vielleicht greide ich eine Eule an oder so. Vielleicht kommt ein Meteor vom Himmel. Fretchen, Eichhörnchen. Die sind gefährlich. Ey, wir haben alles erledigt. Wir sind fertig. Das war ein Geister-Event. Easy peasy, Alter. Nee, habe ich nicht. Fuck, wir müssen nochmal rein. Oha. Ich habe uns den Sieg geholt. Ich habe da bis in die Knochen gerade gemerkt, dass ich mich erschrocken habe. Das ist so ein ekliges Gefühl. Wo waren die denn? Ich bin einfach nicht geschaffen für sowas. Ach komm, halt die Schnauze und fick dich da hinten. Ich hasse dich. Nein. Oh mein Gott, ich hasse dich. Lauf. Lauf. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich habe die Tür zu gewartet. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hätte es eh nicht raus geschafft. Willst du auch einen Zug? Nee, nee. Steve. Steve, komm hierher. Steve. Steve, wenn du Eier hast, komm nach draußen. Steve. Ich hasse dich so sehr, ey. Ich hasse dich. Hey, ich habe nichts gemacht. Ich hätte es raus geschafft, Mann. Ich habe nichts getan, was du nicht auch hättest getan. Ach, halt die Klappe. Was du nicht auch getan hättest. Halt die Klappe. Hey. Hey, was das Problem ist. Er tut so. Er tut so, als wäre der voll der Mackerhimmel. Oh, gleich Level 100. Oh, mein Gott, hat der mich erschrocken. Oha. Gleich Level 100, du. Such die. Was du gerade sagen, du bist fast 700. Du hast schon Merchandise von dem Spiel gekauft. Er hat schon Post-Am-Zimmer. Habe ich gar nicht. Post-Am-Zimmer. So von den Geistern so. Eine Runde will ich nur machen. Okay. Warte, wir müssen Ausrüstung mitnehmen. Ja, kein Scheiß, Sherlock. Ich habe doch nur die Karte schon ausgebildet. Man hört dich nicht, Mila. Ich höre die ganze Zeit nur so. Oh, komm. Ich verstehe nicht, womit ich es verdient habe, dass du immer so gemein zu mir bist. Bin ich gar nicht. Ja, schon nachvollziehen. Was? Hast du dich? Ich komm damit klar. Warum heißt du eigentlich geschimmelte Aprikose? Warum nicht? Was ist mit dir, Junge? Warum denn nicht? Tschüss, Da Vinci. Kött für'n Kack-PC, der hat. Und der hat 3500 Zubs. Guck ihn dir an. Lächerlich. Wo ist der? Da. Scheiß-PC. Helfer, wo bin ich? Du sitzt vor Steven? Und musst den Nick-Namen aussuchen und dann denkst du dir so, boah. Alle meine Freunde heißen irgendwie so. Geschimmelte Aprikose. Alle meine Freunde haben so voll den coolen Namen, so voll das cooles Pseudonym im Internet. Die nenne ich mich. Geschimmelte Aprikose. Milch-Phanter 970. Ja, Mann. Hallo. Kannst du den Geist während einer Jahre? Oh, ja, ja, das ist easy, okay. Wie heißt der? Der Michael. Heißt Michael Taylor. Ich hatte einmal einen Michael Jackson. Echt jetzt? Hast du halt im Haus die ganze Zeit so, hi hi gehört? Oder Chimona? Nein, aber das wird so cool. Hi hi. Ich geh dringend nach oben. Hi hi. Ich hab eh keine Angst mehr. Ich bin abgehärtet. Hier schon mal Fluchtweg vorbereiten. Okay, du abgehärteter Typ. Dann lassen wir mal das Licht aus. Ja, können wir gerne machen. Bist du dir? Bist du dir? Thomas. Wie geht's denn? Bist du dir? Wie geht der nochmal? Bist du dir? äh, michael, irgend... Kennt ihr diesen Typen auf Twitch, der die ganze Zeit so Geisterdinger macht? Und hat Livestreamt? Hey, wer hat das Licht angemacht? Ich glaub Schuhsohle. Hier unten ist ein Knochen. Ja, ich komm. Jetzt wird schon wieder ausgemacht. 13, by the way. Wo ist der Knochen? Natürlich ist das fake, man. Mhm. Hihi. Das ist wunderlös. Come on ya. Come on ya. Ich hab' ein Zeichen. Ich hab' ein Zeichen. Zehn, 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 zehn. Ich hab' ein Zeichen. Ich hab' ein Zeichen. Bye-bye. Bye-bye. Ich hab' ein Zeichen. Ich hab' ein Zeichen. Ich hab' ein Zeichen. Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen. Hier oben war kalt. Als nächstes runtergelaufen ist. Ja, du hast irgendwie sowas... Ich bin halt eiskalt. So ein Schleier hinter dir hergezogen. Oder hast du ihn fahren lassen. Ja, also du stinken würdest und ewig nicht mehr geduscht. Ja, ja. Und? Bist du hier? Das Problem. Hä? Du hast den Farbfilm vergessen. Da, schon wieder, Mila, bei dir. Guck hier. Ja, hier. Hier, hier, hier. Der ist direkt hier im Flur, Alter. Kamera steht. Bist du hier? Ich geh mal eben raus. Seht du mal mit dem. Okay, ich hab' ein Zeichen. Wo ist Mila? Du bleibst schön hier drinnen, Junge. Draußen. Die ist auch draußen. Ich hasse dich. Wir haben den Orb. Orb? Ach, siehste? Also Gefriertemperatur und Orb. Schau mal. Wir sind aber heute gut unterwegs. Ist ja unfassbar. Warte mal, wie hieß der nochmal? Michael? Michael. Michael Taylor. Michael Taylor. Oh, klingt wie so'n Gang-Character, ne? Oh, ich bin Michael Taylor. Oh, geh, Junge. Oh, geh für die Flips. Der Team wird hingeworfen. Das Buch, bitte. Ach so. Ich wollte Dexus fangen wegen MC. Stimmt. War das eigentlich mal mit dem Bobby wieder? Oh mein Gott, bitte nicht. Ich bin am Arsch. Ja, ich bin tot. Bye, have a beautiful time. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo, wer ist draufgegangen? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte, bitte. Du kannst nichts machen. Ja, und so muss er lernen, dass er doch Angst haben soll. Ich bin tot. Ich weiß nicht wo. Er ist eigentlich gestorben. Unten im Köder? Junge, da liegt ne Taschenlampe, Dexus. Ich würde sagen, jetzt wo er tot ist, können wir auch nicht sehen. Wo ist er denn? Hast du ihn gefunden? Nö. Ist der blind? Ah, ich hab ihn jetzt in der Garage. Ah, okay. Es rappelt im Karton. Don, 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 don. Ich hab keine Fotozimmer dabei. Oh. Oh. Ah. Wo ist das? Ah. 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 Ich bin gefixt. Nee. Nicht? Nee. Überlebt. Hat dir ein Glück? Wird sicher. Wie kann man so viel Glück haben? Oh. Wie kann man so viel Glück haben? Ich hab jetzt Glück nicht verdient. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte echt, ich wäre tot. Oh mein Gott. Wie kann man so viel Glück haben? Was brauchen wir denn jetzt auch? Ähm. Na ja, ich hab mir welche raus. Es rappelt im Karton. Donk, 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 donk. Das Feuer läuft der ganze Zeit auch im Wunder. Läuft der ganze Zeit im Eingangsbereich schon. Fehlt noch eine Sache. Räucherstift. Wir werden gut drauf gehen. Ich glaube hier hinten ist warm, wir sollten hier weiter hin. Wenn die Tür zu geht, lass nach oben gehen in den Schrank. Ob du duschfest. Ich klicke den Lolli am Po, hallo. Ist schon wieder 0 Uhr? Tatsache. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Er ist hier oben. Guck mal, er bleibt die ganze Zeit hier stehen. Ja, nein, er läuft ganze Zeit durch den Bewegungsmelder durch. Die beiden. Typischer Unity Cop. B-A-S-D, B-A-S-D, Junge! Seitdem du nicht angemacht hast, kamen da nicht hin. Aber die erschrecken sich da nicht. Hä? Außer jetzt hat er keinen Weg. Ja, er läuft schon wieder durch. Nee, nee, ich hab das kurze Wegs. Äh, ich glaub, äh... Guck, die erschrecken sich nicht. Denn dahin... Er hat die Fernbedienung hier hingeschmissen. Der Klopf. Bist du hier? Nix hat immer was mit mir. Ich hab keine Angst. Ach, hier. Hier, bei mir. Der Bewegungsmelder. Das war doch eh mehr fremd. Oder nicht? Der Masin rein, du. Bitte schreib ins Buch. Du heißt ab heute Schattenwolf. Ich kann ja auch einfach mal atmen. Nö, Schattenwolf heißt du. Cool, der lässt da ganze Zeit hin und her, Alter. Ach, das bin ich. Da, wieder durch. Wieder durch. Ist der doof. Äh, ja, ja, Mama. Und wer auch? Hängt dich. Ja, bei uns ist klar, aber... Oh mein Gott. Wir brauchen Geld. Ah, ich bin Dexus. Was brauchen wir denn da? Es... Nee, EMF Level 5. Oh mein Gott. Ja, ich bin Dexus. Oh mein Gott. Das ist so schlimm. Das ist gut. Boah Mama Rosa weiß ich nicht mehr. Hab ich das getan? Also ich hab das Spiel 15 Minuten gespielt und wieder zurückgegeben. Sogeknister ist weniger Schriftgabe für sich. Das geht ab, der so auf Couscous. Achso, ja, ich weiß noch nicht. Arschloch, scheiß Michael. Naja, du hast halt in dem Spiel echt manchmal... Schreib in das Buch. ...gute Runden und manchmal echt langweilig. Oh mein Gott. Zum Glück wird daran noch aktiv dran gearbeitet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du tot? Bist du tot? Nein, 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 alles gut, alles gut, mein Herz schlägt doch nicht mehr. Hast du eh mehr... Ich hab mir ein Foto von dir. Ich hab mir ein Foto von dir. Okay, okay. Wir haben ein Foto von dir. Ich hab mir ein Foto von dir. Okay, geh mal kurz raus. Batsch noch mal mit. Bist du hier? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Alt bist du. Okay, es ist die F***. Nicht gäste Bar. Lass einfach das andere nehmen und dann gehen. Aber es bilden zwei andere Sachen. Spiel mit mir, Dexus. Ich glaube, es ist ein Phantom. Nee, ich habe jetzt nicht mehr einen Phantom. Ja, der hat genau bei mir gesleppt, der Mixer. Bist du mir? Ist mir egal. Schreckst du, Mädchen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Phantom, weil es so schnell verschwunden ist, als wir es fotografieren wollten, weißt du? Ja, ja, völlig gut. Wollen wir gehen? Mann, wir sollen das zu Ende spielen. Schisshasen. Ich habe nicht mehr so viel Angst. Als ich wieder angefangen habe, da zu spielen, nach dem Update, so, wo die schnelleren Geister kamen. Da ja, aber man gewöhnt sich dran. War ich auch... ...bei, aber egal. Ja, wir geben einfach... Wir geben einfach... Guck mal, der läuft da schon wieder ganz weit oben. Ja. Lass uns abhauen. Ja und ab. Hast du? Okay. Ja, ja. Was soll? Langweilig. Mann. Oh mein Gott, ich hätte mich. Ach komm, Alter, der jagt einmal und dann fickt der mich. Hätte er mich auch gejagt. Als ich das Ding geworfen habe, ne? Das ist ein Mädchen, du, ne? Ach, da kommt auch so eine Tasse, Junge. Ey, ich dachte so safe, dass der mich hat. Ich habe mich in so eine Lücke zu spüren. Jo, der stand vor dir, ne? Der stand vor dir im Türraum. Ja, der kam straight auf mich zu. Ich habe ja schon gerufen, ich bin gefickt. Aber ich war überhaupt nicht... Ich war nicht mal ansatzend. Wir waren nicht mal ausgezogen. Wart. Oh mein Gott. Wart mal, was? Wie glücklich hat sich. Was? Was hast du da gerade gesagt? So, ich mache jetzt fertig. Okay, das war eine gute letzte Runde. Das waren schöne, schnelle Runden. Ja, ja, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja. Bye, have a good time. Ja, ich wieder. Ey, 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 ey. Welcome back. Ja, die Klappung ist von der Klappung. Ach ja. Können wir denn hier mal wieder abspielen? Ja, Mann. Jakob, ich weiß, der sagt müde. Ich bin auch müde und ich habe Hunger. Da hat uns fast nur noch den Abend gerettet. War sehr lustig. War sehr schön. Kann man immer mal wieder zocken. Alle paar Monate. Nach neuen Updates auf jeden Fall. Wann kommst du wieder? Was haben wir denn heute? Dienstag. Dienstag und Mittwoch ist es immer frei. Donnerstag dann. Wenn ich Donnerstag nicht deutsche. Das ist immer so ein 50-50-Ding. Ansonsten Freitag. Mindestens viermal die Woche. Schade, hat leider heute nicht mit dem EP so funktioniert. Aber vielleicht in den paar Tagen. Nächsten Tag wieder. Ui. Danke dir für die Unterhaltung. Immer gerne. Mach Donnerstag auch als festen Deutschen. Nö, aber manchmal ist ja Donnerstag nichts los. Und dann komm ich. Das passt schon. Ich hab ja eh so keine Tage, wo ich sag, jo. Kann nur sein, dass ich mein Sonntagsdeutsch. Ich bin ja euer Deutscher Nummer 1 in euren Herzen. So. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch wenigstens ein bisschen Spaß. Manchmal kann man Dinge nicht beeinflussen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und lasst euch nicht anquatschen. Und vielen lieben Dank für den Support. Echt jetzt. Wirklich vielen lieben Dank. Guck mal. Wer ist denn da? Ich hab gesehen, dass Koopa online ist. Ist er noch da? Startsache. Koopa zockt. Apex Legends. Ich schick euch mal zum Koopa. Da könnt ihr Hallo sagen, wenn ihr Bock habt. Ne, Koopa kennt ihr ja. Das ist ja 7,19, 9. Wunderschöne gute Nacht. Nochmal vielen lieben Dank. Dankeschön. Und bis Donnerstag. Bye-bye. Bye-bye. Und Twitter folgen. Da schreibe ich dann immer, was abgeht. Bye-bye. Und dankeschön. Bye. Have a beautiful time. Bye-bye. Vielen Dank. Vielen Dank.